Licht aus für Kegida. Pünktlich zur Demo des Kölner Ablegers der islamkritischen Pegida-Bewegung lässt der Kölner Bischof die Außenbeleuchtung des weltbekannten Doms abschalten. Ein klares Zeichen gegen Ausländerfeindlichkeit, das auch bei vielen Pegida-Gegnern gut ankommt. Dann kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich denke, dass die doch etwas knöchernen Menschen in der Kirche, manche, der neue Papst natürlich ausgenommen und einige andere auch, dass sie jetzt sagen, okay, dann machen wir mit und zeigen ganz einfach, jetzt machen wir es mal für euch dunkel, ihr seid hier nicht stark. Wie hier in Köln gehen in etlichen deutschen Städten tausende Menschen gegen die Pegida-Aufmärsche auf die Straße. Viele sehen in Pegida eine Gefahr. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die da gutgläubig mitlaufen, haben aber die Befürchtung, dass der eigentliche Kern Böses im Schilde führt. Und auch in Berlin erteilen tausende Bürger den Pegida-Anhängern eine Abfuhr. Auf wenige hundert Islamkritiker kamen mehr als 5000 Gegendemonstranten. Und die Einsicht sich und Anger werden kann, musste, es sieht ganz davon aus Symbna ist, ich drogenwaartig und eine Abfuhr. Und wie das war, sind die voter- und eine Nós mehr Ich hoffe, wir freuen uns auf die Tabellen. Wir treffen uns alle. indem sie sie einen Anению verzeugt, wir freuen uns auf die Fahrzeuge in unseremount lösen. Vielen Dank.